was geht ab liebe leute und damit herzlich willkommen zu mirrors edge catalyst in der closed beta ich habe jetzt ein code bekommen wir können das ganze hier mal gerne anzocken ich weiß noch nicht ganz genau was mich so erwartet wie weit wir zocken können wie weit wir nicht zocken können das werden wir alles erfahren wir zocken auf jeden fall die beta mal durch lasst auf jeden fall gerne ein bisschen feedback da wenn ihr bock habt auf das ganze und auch auf die vollversion dann im mai kommt ja die vollversion und mirrors es ist ja nicht das einzige spiel was im mai kommt also klein spiel namens anstand viel darauf freue ich mich auch also der mai wird ein guter monat für zocker denke ich und ja wie gesagt wir zocken jetzt die beta man die ist komplett auf englisch das letzte play werden natürlich dann auf deutsch zocken und wie gesagt lasst gerne ein bisschen feedback dann seid ihr neu in der reihe habt ihr vielleicht sogar den ersten teil gezockt lasst es gerne mal in den kommentaren da eure meinung natürlich auch euren erst eindruck denn auch gerne mal in die kommentare schreiben und ein like wäre natürlich auch super danke dafür ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel spaß mit dem intro auf den ground now auf den ground now I'll run for you, Dogen. But Noah can't know. You owe me a lot of script, Faith. I expect you to deliver on your promise. Faith! God! Where are you? Every new day holds a promise. You're wasting or spend it advancing yourself, furthering your prospects and your career. As a future employee of a corporation of your choice, your possibilities are infinite. The key to success lies in unlocking your inner potential through hard work and relentless dedication. As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day, huh? I thought we'd keep you here forever, Leach. Work is rewarded. Maybe you'd like another three months. Laziness punishes. It would be so easy. Personal freedom comes at a price. Come on, let's go. We've got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Has served at 12 months since, to which nine months were added for several incidents of insubordination. You are deemed ready for conditional release. Now, if it was up to me... Policy exists to keep you safe. Be wary of policy breakers in our midst. Upon release, you must seek immediate employment and will be monitored through your grid link. If you do not find employment within 14 days, you will be relocated to a Greenland facility. Do you understand these conditions? Just get me out of here. Work hard and you will be rewarded. Dressing room's to the left, Leach. And you can climb to high-cap level and enjoy riches well-deserved. Dogen sends his best. Enjoy your freedom. City of Glass. All the major corporations operate here and so there should be ample opportunity for you to find new employment and lead a happy and productive life. You have been given a rare second chance. Okay, Leute. So, jetzt können wir endlich zocken. Und wir werden jetzt einfach mal gemeinsam gucken, was die Beta zu bieten hat. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was mich jetzt hier erwartet. Deswegen, wir werden es einfach gemeinsam erkunden. Ansonsten, hab ich noch irgendwas vergessen zu sagen am Anfang. Ich weiß es gar nicht. Ja, wenn ihr Bock habt auf das volle Let's Play, dann im Mai. Im Mai kommt ja die Vollversion raus. Dann lasst auf jeden Fall gerne Feedback jetzt hier schon mal da. Lasst gerne ein Like da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Auch vom Vorgänger habt ihr den gezeugt oder nicht. Und, ähm... Alles klar, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin Hicuris. Noah sende mich. Du kannst du jemanden sein. Na, du musst einfach auf mich glauben. Hier, mach das. Ich will weg den Straßen. Ein Beetling? Aber... Ich mach es auf. Wir müssen dich verbunden und kaltieren. Ich weiß, dass no one ist sicher zu sprechen. Ich weiß, dass niemand zu sprechen mit dir. Okey-dokey. Boah, Scheiße, Alter, was passiert denn jetzt? Ist ja der Informations-Overkill hier so ein bisschen. Also, extrem stark sogar. Ja, was wollte ich nur sagen. Ja, mal zocken wir natürlich dann die deutsche Version. Ist klar. Die Beta ist halt jetzt nur auf Englisch, aber es geht schon klar, denke ich. Oh, Entschuldigung, ich habe fast vergessen, aber wir müssen uns auf die Bredling. Das ist der Interferenz. Ist das das die Leute sehen immer wieder? Ja, ich denke, du bist nicht so großartig, um es zu empfehlen. Ich bin nicht so großartig, überhaupt nicht so großartig. Da geht's. Du bist aus der Grund. Ah, das ist schon besser. Okay, ich renne mal hinterher. Boah, okay. Da hoch jetzt. Das sind auf jeden Fall meine allerersten Schritte im wahrsten Sinne des Wortes jetzt hier im Spiel. Den Vorgänger hab ich geliebt, Leute, ohne Scheiß. Ich habe den wirklich geliebt, direkt zum Vollprace am Start gekauft und lange, lange gewartet, bis endlich ein Nachfolger kommt. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr, Leute. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Wow, 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 wow. Oh, oh. Oh, okay, dann komm her, hier. Oh, okay, dann komm her, hier. Alter, Schwede. Alter, Schwede. Gar keine Chance gehabt, jetzt. Okay, I made it inside. Can someone tell me, what the hell is going on? They were going to send you to a Greyland food dump, Faith. We had to get you now. Cutting your grid link makes you a fugitive, but we planned for this. Follow the runner echo through the warehouse. Icarus will meet up with you on the other side. By then you should be in the clear. If you can make it through that old place. Time to see if the Fable's face is all that she's made out to be. Okay, Moment mal eben, Leute. Die Stimmen sind echt ein bisschen leise, finde ich. Oh, da kommt es hier. Controls. Ja, ein bisschen schneller kann das schon gerne gehen. Wir zocken auf der Xbox. Ich habe da freundlicherweise einen Code bekommen. Für die Xbox halt gibt es auch aktuell die Beta für die Playstation. Ist eine Closed Beta. Ich glaube nur für Vorbestellung oder halt, wenn man Glück hat, so einen Code zu bekommen. Warte mal. Dialog Boost. Nee, warte mal Boost. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass es schneller geht, oder? Ein schneller. Bin ich ganz sicher. So, Save. Was kann man noch verändern? Video. Ein bisschen heller wäre auch ganz, ganz cool. So ein bisschen. Ah, cool. Das ist natürlich geil. Man kann so ein bisschen den Sichtbereich erweitern. Das ist natürlich sehr nice. Wollen wir jetzt aber nicht zu krass verändern. Ein bisschen vielleicht für die Übersicht. Mal abchecken, was hier so halt geht. Und ansonsten machen wir jetzt mal weiter. Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Boah, Leute. Ey, Wundervitz, wenn ihr euch mal so Speedruns anseht von dem ersten Teil und dann natürlich auch jetzt vom zweiten Lenden, sobald er kommt. Das ist unnormal, was man aus dem Spiel rausholen kann. Vom Flow. Spielflow einfach. Oh, oh, oh. Oh, weg hier, weg hier, Leute. Boah, Alter, ich dachte, ich stürze ab. Boah, kann man das mit VR spielen eigentlich? Das wäre unnormal krass. Ne, warte mal, hier geht es nicht lang. Ah, da die Leiter. Boah, das wäre krass, oder? Aber ich glaube, dann wird einem richtig schwindelig. Ich habe noch nie in meinem Leben VR gespielt, also Virtual Reality. Ah, okay, alles klar, sorry. So. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, Junge. So, schlage ich mich mal eben kaputt, so nebenbei. Hahaha, der kann ja gar nichts. Richtige Lusche. Nice. Nice. I asked nicely, but he wouldn't step aside. And now, they know you came this way. Like I had a choice. Sure. We need to clear out. Better take a different route to the Everdyne Tower. We'll split up again, keep them confused. Can you make it across to those pipes? Of course. Good. Your B-link should be calibrated by now, and your runner's vision working. Just follow the red, and I'll meet you at the tower. Let's go. Let's go. Okay, runner's vision. Your B-display has finished collaborating. Okay. Okay, die ist auf jeden Fall cooler umgesetzt. Ähm, ist halt hier für Leute, die so Bock haben wie ich. Alter, warum sind wir plötzlich so unnormal schnell unterwegs? Ist das durch die Vision auch? Ähm, man kann natürlich den ersten Durchgang, würde ich wahrscheinlich auch erstmal mit dieser Vision zocken, damit man ein bisschen weiß, wo man lang muss. Das ist natürlich, wie ihr euch schon selber denken könnt, wer den ersten Teil vielleicht auch gezockt hat, weiß das. Ähm, wird halt durch die roten Markierungen angezeigt. Kann man das wieder ausstellen eigentlich? Oder hab ich irgendwas verpasst? Wir können gar nichts. Sag mal, sind hier nur Statisten oder was? Kann das sein? Boah, geil. Einfach nur geil. Ah, okay. Oh, der hat neun Moves, Alter. Die neun Moves, die sind ja super geil. Oh, scheiße, Leute. Ich bin absolut begeistert, hier. Oh, geil. Yes. Hoho. Wenn man so ein bisschen reinkommt, natürlich. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Im ersten Teil gab es dann auch so, ähm... Und schön sanft landen. Ich muss noch den Knopf finden, wo man sich abrollen kann. Das weiß ich, ehrlich gesagt, gerade nicht. War das nicht sogar RT? Ich muss das mal gleich ausprobieren. Ähm... Was wollte ich sagen? Sorry auch, dass ich die ganze Zeit darüber quatsche. Also, das wird natürlich mit dem richtigen Let's Play dann nicht so sein. Wisst ihr ja. Ähm... Was wollte ich sagen? Im ersten Teil gab es auch so einen Multiplayer-Modus, wo ich mit Freunden messen konnte. Das wäre die schnellste Zeit. Ich hoffe, hier gibt es das auch wieder. Aber ich gehe mal stark davon aus. Wenn du, wenn du in die Kabale bist? Ein Jahr später. Ich habe mit ihnen gewonnen. Wie geht es dir, dass du ein paar Dämpfeierst. Du hast auch getötet und hast du ein paar Probleme für Noah. Du wirst nicht wissen, was passiert. Ich weiß genug. Und ich weiß, dass ich schneller und sicherer als du. Faith, bist du noch an Orion? Ich bin hier. Es ist ein bisschen mit dem neuen Mann und seinen Ego. Schau mal, beide. Wir sind aus der Option. Die einzige Weg zu den Eberdyn Tower ist durch die Eberdyn Tower. Und mit Ksak da, du musst sie kämpfen. Likurus, umsetzen die Kombat-Mod zu Faith, Beedling. Okay, fertig. Gut, Faith, use the Mod, um zu freshen up your fighting skills, bevor du weiterhetzt. Ich hatte gedacht, wir würden nicht kommen, aber es scheint, dass wir keine Wahl haben. Kein Angst, Noah. Ich kann es tun. Ich weiß, dass du kannst. Ich weiß, dass du kannst. Pass bloß auf, du kleiner Angeber. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt hier erstmal. Ich weiß nicht, wie lange die Beta geht, also wie lange man zocken kann. Deswegen mache ich hier erstmal einen Cut. Wie gesagt, lasst gerne mal Feedback da. Im Mai zocken wir dann die Vollversion auf Deutsch, natürlich, ohne Gequatsche. Wie gesagt, ich habe ein bisschen viel Gequatsch über das Gerede von denen, aber sonst kommt man ja nie zum Zocken, die haben ja zum Reden, die haben ja durchgehend gelabert. Das wird sich natürlich dann nicht so abspielen. Im Mai, wie gesagt, im Mai kommt ja sowieso auch noch ein kleines Spiel namens Uncharted 4. Das wird ein geiler Monat. Ja, Leute, lasst gerne mal Feedback da. So einen kleinen Ersteindruck für die Leute, die vielleicht komplett neu sind mit der Serie. Der letzte Teil ist ja wirklich schon ein paar Jährchen her. Und für die Leute, die den ersten Teil schon gezockt haben, braucht ihr euch auch den zweiten. Wie gesagt, das war damals nicht so ein krasser Erfolg. Man hat lange gewartet, ob überhaupt ein Nachfolger kommt. Und ich freue mich, dass DICE da echt nochmal und EA das auch nochmal zusammen entschieden hat, nochmal einen Teil zu machen. Ich hoffe, das wird ein Erfolg. Ich wünsche das denen wirklich. Wenn es natürlich ein gutes Spiel ist, aber davon gehe ich einfach mal aus. Jetzt einmal mal so, ohne es wirklich zu wissen. Egal, ich will nicht weiter so viel quatschen. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit der Beta. Ich danke fürs Zusehen. Wie gesagt, lasst gerne ein bisschen Feedback da. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.